It's gonna be alright Guten Morgen Hallo Oh my god Das war's für heute. Oh, das ist ein Blatt, das ist ein Blatt, das ist ein Blatt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum 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 nächsten Mal. Morgen. Bis zum nächsten Mal. Oh, was ist das denn jetzt hier? Wauw. Formula, fahren Sie mal vernünftig hier. Kann ich jetzt. Los Aunty, ich will ja. ernst silenk mir an. Wir werden prats übel. Es ist ja widerlich. Mann, wo haben Sie denn Ihren Fahrerschein gemacht? Wo haben Sie denn das Fahren belernt? Das wird Licht ausstrecken. Da unten mögen Sie fahren. Das ist ja lebensgefährlich. So wie Sie fahren, machen Sie bitte die Tür auf. Ich will hier raus. Kann ich bitte aussteigen? Mir gefällt die Fahrt hier gar nicht. Ich kann sie nicht vorsichtiger fahren. Ich kann sie nicht aussteigen. 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 Machen sie die Tür auf. Ich kann sie nicht aussteigen. Das ist ja Körperverletzung. Ich kann sie nicht aussteigen. Hallo, guten Morgen 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 11 , 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 18, 20, 21, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist kein Lebensgefährder. Ich würde einfach sofort aussteigen. Das ist ja lebensgefährlich. Wir möchten sofort aussteigen. Das ist ja lebensgefährlich. 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 Hallo? Hallo? Ja. 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 Ja.